Skispringer Andreas Wellinger hat dem deutschen Olympiateam in Pyeongchang die zweite Goldmedaille beschert. Der 22-Jährige setzte sich auf der Normalschanze vor den beiden Norwegern Johann André Vorfang und Robert Johansson durch. Wellinger, vor vier Jahren in Sochi bereits Team-Olympiasieger, lag nach dem ersten Durchgang noch auf Platz 5. Im zweiten Sprung schob er sich bei schwierigen Windbedingungen mit Schanzenrekord von 113,5 Metern noch ganz nach vorne. Wellinger ist der erste deutsche Einzel-Olympiasieger im Skispringen seit Jens Weiß flog 1994.